Hallo liebe Community-Familie und Zuschauer, ich bin's wieder, heute Game of the Co. mit der 64. Folge von Batman Return to Arkham City. So, wir haben fast alles erledigt. Wie wir sehen, es fehlt nur noch einer. Wittler und die EP-Trainingsmission mache ich später. Mache ich, wenn ich Lust habe. Aber, wir wollen uns damit nicht lange aufhalten, weil es kommt ja noch das DLC dazu, was ich ja unbedingt auch noch machen will. Und zwar, das mit Harley Quinn. Und deswegen, ab geht die Post. Ja. Yo. Also, wenn man echt... Oh ja. Ja, war es total. Ähm. Wenn ich jetzt mal darauf schließen könnte, die Länge des Let's Plays. Also, Asylum habe ich 30 Folgen gebraucht. Hier werde ich mit DLC wahrscheinlich um die 70 brauchen. Und, äh... Anrichtung. Und, äh... Für Night 92 und DC. Ja. Und dann mal gucken. Oh, hier steht... Ihr seid perfekt, Leute. Nicht, denn... Zack. Runter mit mir. Hm. Wie mache ich das? Wie gehe ich das jetzt an? Wie war denn das jetzt nochmal? Mal. Ich bin doch auch darüber gekommen. So war ich schon mal falsch. Ach ja. So macht man das am besten. Komm, Rittler, 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 ich finde dich. Und dann gibt's aufs Maul. Dann gibt's aufs Maul. Dann gibt's aufs Maul. Mh... 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 Fertigmachen! Hast du gehört? Aber, aber, Mr. Cash. Um mich fertig zu machen, müssten sie sich erst aus dem Schlamassel befreien, in dem sie gerade stecken. Dann müssten sie mich angreifen, und zwar ohne, dass ich vorher den Fernzünder drücken und ihre primitive DNA im Raum verteilen könnte. Ich tue es. Sie werden es versuchen. Mag sein, aber ich bezweifle, dass sie nicht in die Luft gesprengt werden. Oh, und ich hatte noch den Fernzünder erwähnt, den ich hier habe. Ein Knopfdruck, und ihr Trottel bliegt allesamt in die Luft. Ich kann die ganze Nacht laufen, Riddler. Gut. Mal sehen, wie es morgen damit aussieht. Riddler hat Sprengladungen an seinen Geiseln angebracht. Wenn sie stehen bleiben, sterben sie. Ich kann mich ihnen nicht in den Weg stellen. Das wird jetzt schwierig. Ich kann nicht mehr. Bitte um Himmels Willen aufhören. Wo steckt denn der Ritter? Da. Äh. Alter, ich habe mich jetzt total erschrocken. Überrascht mich nicht. Ich wusste, dass ich besser bin. Alles klar. Äh. Riddler, Riddler, Riddler. Riddler, Riddler. Riddler, Riddler, Riddler. Okay. Wie bitte? Ich darf mich... Hä? Sieh an! ich hatte dich in der weist du das ich habe sobald ich dich habe poliert die die fresse ja geh weiter okay das ist jetzt verarsche also rittler das ist ich freue mich wenn ich dir die wussten die frisse räume lauf 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 ich kann nicht mehr gehen das ist auch so ein aggressives arschloch guck ich mal ob ich hier irgendwie langkomme da ausschalten jetzt rein was zag ruhe im karton das kann nicht wahr sein erwartest du dass ich darauf reinfalle dark knight ich weiß dass du mich nicht töten wirst stimmt aber bei den anderen kann man sich da nicht so sicher sein oder bewegt einen arsch du wirst mir keine befehle erteilen muss ich erst aufs knöpfchen drücken was nein dafür wirst du bösen batman das ding funktioniert ganz sicher nicht nein aber ich wüsste nicht wieso wir ihm das verraten sollten ja damit hätten wir das auch freigeschaltet also perfekt erfüllt ja was machst du da das macht Spaß was machst du da so ähm damit hätten wir auch rittler fertig so aber es steht ja noch was anderes an das hänge ich gleich hinten dran ich hoffe dass ich da nicht so lange brauche ich denke mal in zwei folgen wo werde ich dazu brauchen deswegen speichere ich hier ab und gehe zurück ins hauptmenü so denn es geht ja noch weiter wir haben ja noch ein DSC hier also hier haben wir noch mal die Catwoman Evisole die habe ich ja alle hinter mir die habe ich alle geschafft und äh nein ich will kein neues Spiel ich möchte kein neues Spiel nein möchte ich nicht möchte ich nicht ich möchte kein neues Spiel nein nein das möchte ich nicht ich will kein neues Spiel denn jetzt geht das hier Harley Quinn's Rache startet eine neue Mission die Ucken City spielt äh verrät Teil der Hauptstory wir haben sie durch los geht's ich bin dabei gibt's was Neues Barb nichts er ist schon zwei Tage fort ich mach mir Sorgen du weißt wie ihr wahr seid ich werde ihn finden ich hoffe du hast recht Harley Quinn scheint sich auf eine Belagerung vorzubereiten was hat sie vor finde Batman und sieh zu dass du von dort verschwindest okay keine Sorge Barb du kennst mich doch du klingst genau wie er ja jetzt spüren wir Robin wie es aussieht du wolltest mich da verressen lassen 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 Deswegen seht ihr jetzt mal ein bisschen nochmal, was am Anfang war. Ich hoffe, jetzt geht's. Jo, es scheint zu gehen. Jo, mit Droppin. Auch mit dem Stock. Und wieder mit dem Stock. So. Ich... Untersuche, ja. Gut. Aha. Oh, er hat einen Greifhaken. Kugelschild. Alles klar. Zafar, Felken, Schuriken. Schuriken? Okay. Dann machen wir weiter. Mhm. Bin mal wirklich... Ah. Schnauze, ihr Idioten. Ich versuche nachzudenken. Tut es weh? Halt dein glödes Maul. Du kannst von Glück reden, dass ich dich noch brauche. Hm. Tut es weh? Und auf damit. Barb, ich hab die vermissten Beamten gefunden. Quinn hat sie. Irgendeine Spur von Bruce? Negativ. Ich werde weitersuchen. Harley hat dem Polizisten gesagt, dass sie noch was mit ihnen vorhat. Sie durften vorerst in Sicherheit sein. Sei vorsichtig. Es wird alles gut. Versprochen. Glaubst du? Er ist nicht mehr derselbe, seit... Er spricht nicht mal mehr über Talia und der Joker. Sobald wir ihn gefunden haben, helfen wir ihm. Mehr können wir nicht tun. Genau. Bitte, das GCPD wird diesen Bereich stürmen. Ihr werdet alle sterben. Ach ja. Das glaube ich nicht. Du bist verrückt? Nein, ich trauere. An deiner Stelle würde ich mir das merken. Ja. Sie trauert um den Joker. Hier spricht Vicky Vale. Ich berichte für Sie live aus Arkham City. Harley Quinn und das GCPD belagern sich jetzt bereits. Der Einsatz ist noch nicht beendet. Wie Sie sehen können, unternimmt das GCPD alles Menschenmögliche, um den Bereich abgeregelt zu halten. Okay, ein Ballon. Und jetzt ist es verschlossen. Ich liebe es. Verschlossene Türen und man kommt nicht weiter. Die heult vermutlich immer noch. Sie muss endlich mal drüber hinwegkommen. Sie wird langsam zu einer Belastung. Robin ist hier. Ja. Bin ich. Komm schon. Und. No. Oh. Na, wer will. Die ist verschlossen. Da kann ich durch. Ab und zu nach Balance Ausschau halten. Na ja. Falls wir die nicht haben, ist es auch in Ordnung. Ich will ja nur das GC durchspielen. Äh. Er macht näher. Für Orben. Wie soll ich jetzt da rüber kommen? Kann mir das einer sagen? Ja. Ja. Ja, so geht's auch. Komm schon. Öffne mir mal das. Na, 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 na. Spinnweben. Oh, sehr schön ausgeschabelt. Nö. Hast du Angst? Wenn wir mit dir fertig sind, erkennt dich nicht mal mehr, deine Mutter. Robins Mutter ist auch tot. Sag mal. Hackt ihr immer. Was habt ihr gegen Mütter? Seid mütterfeindlich. Oh, deine Mutter. Ja, deine Mutter auch. So. So. Noch nichts. Nur keine Sorge mehr. Jeder, der hier langkommt, wird es schrecklich bereuen. Was bin ich drauf? Ich hab den Volkab zu den anderen Festern. Das gefällt mir egal. Ist gar kein Problem. Wenn ich den Penner erledigt habe, wird alles krass. Kann ich dich dann mal besuchen kommen. Was? Nichts. Hast du gerade versucht, mich anzubaggern? Äh, nein, nicht. Moment, ich würde nur hundlich sein. Okay. Oh Mann. Oh Mann. Nein, echt. Oh Mann. Oh Mann. wieso kann ich das nicht machen? ich hätte noch eine ganz andere schien als batman das ist geht es jetzt hier weiter das ist eine gute frage weiter kann ich das überhaupt werfen kann das nicht werfen mit meinem schild ja ist klar in den Punkt gehen ok was nehmen wir denn mit denen hier und tschüss ja wer ist der erste so die tür ist versiegelt ich muss einen anderen weg finden so da mal die schade dass das doppel auch scheinlich geklappt hat na los auf keinen fall man das ding ist gefährlich hast du gesehen was es gemacht wird was macht robin hier du kannst nicht meinste oh ja sagt der richtige ich habe auch einen stab nix da deine mutter erkennt sich nicht wieder wenn wir mit ihr fertig sind ihr eure mutter bitte mein gesicht das letzte sein was du siehst hohe lecker knusper rauf mein salbgericht ja ja gleich so das war es auch jetzt mit dieser folge wir sind hoffentlich bald damit durch ich würde sagen zuck gut tschau bis zum nächsten mal äh geh mal die Co ist raus kurz und schmerzlos Leute links auf der Säule die letzte Folge des Projekts rechts auf der Säule ein anderes Projekt schaut da mal rein und was Erik in den Schnabel hat ist mein Kanal lasst mir was da und Charlie kommt da auch schon angeflogen mit ein Kanal den ich euch ganz herzlich will schaut da mal rein in dem Sinne zuck gut tschau bis zum nächsten mal